Ja, mehr Blaubeere und dann kommt die Kokosnuss im Nachgang, beim Geruch. Ja, der ist geil. Ich wusste es. Ja, der ist mein Favorite. Der ist mein Favorite. Ist der echte Kokosnuss? Du schmeckst die Kokosnuss, warte. Schmeckst die im Nachgang. Na, höher mal. Wie beim Geruch. Der schmeckt wie der weiße Red Bull ohne Kalorien. Der ist mein Favorite. Der ist viel besser als der hier. Der ist gestört. Der ist sehr gut. Das ist okay. Nicht meins. 9,5 von 10. Für mich kriegt es von den 10 von 10, sonst macht es keinen Sinn mit den 0,5 Zahlen. 9 von 10. Blaue kriegt 10 von 10. 5 von 10.